WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR im Auftrag des WDR Und meine Frau ist in die Küche Sie kuckt für die ganze Familie jetzt Das ist mein Button Und mein Chef Als hervorragende Gastgeberin forciert auch die Frau des Hauses das Flügelspiel mit Kaffee, Kuchen und anderen Tönikes Leckerer Apple Pie im Wohlfühlambiente der Wohnung von Adam Hess Zur Verfügung gestellt von unserem Partner der HGW, der Hagener Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft I mean small forward does a little bit of everything Sometimes they do a little bit of the guard Sometimes they do a little bit of the big man stuff They either shoot or they shoot inside So small forward is in between the two positions I think more so than anything And I think that's why our team is different than other teams Because we don't really count on one position We don't say oh he's a small forward or he's a guard Coach just says oh no he works in this situation So I will put him in this situation More so than setting a guy with a specific position all the time I don't know anything else really about that We have here a lot of games for our daughter But now my wife and I have a lot of fun with these games Maybe more than our daughter I have this helicopter but it doesn't work today We have this arcade game with Ms. Pac-Man and many other games We use our iPad with these things Emily, can you tell us your favorite book? Is this brown bear brown bear? Brown bear brown bear Emily Do you see it there? Brown bear brown bear Emily Yeah Yeah What are your favorite books? Emily, can you also... Oh, this is your favorite book? Thank you Brown bear brown bear I have also this book read when I was younger And now too Every day Yeah, every day Emily Here We come from Detroit And we are naturally Detroit Tiger fans Emily too Emily too I didn't have to wear a car or a Halloween Because we played against the Tipping Tigers Ah, okay Mm-hmm Yeah, that's of course not This plant is for John We have this also in Quackenburg And the other plant also And here is a Hagen-Bild A Miel Schumacher This is an original Hagener Künstler And we were there this morning This lion Yes It will not be like a cringe One of the dinosaurs That is the oners This one's manuscripts mit unserer Tochter, aber es ist ein bisschen dreckig. Badezimmer. Wir haben das hier aufgebaut. Hat Adam selbst gehabt, wer gerade hier hat. Ja, hier. Das sieht gut aus, oder? 1A. Unser Speedy hat das hier gebaut. Steckdosen. Ein Steckdosen. Ja. Für unsere Zahnbürste. Sehr wichtig. Apropos. Ja. Keine Ahnung, das ist so dummer. Mit Zahnbürste, du kannst deine Zahn... Nein, nein, ich kann das nicht sagen. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily. Jochen, warum ist brushing your teeth important in relation to Basketball? Looking good in New Jersey. Diese Wohnung ist ein perfektes Spot in Hyrule. Wir sind nur 250 Meter von Fabiano und die Innenstadt. Und wir haben Glück, dieses Spot ist perfekt für uns. Und wir haben hier viel Platz. Zwei Schlafzimmer und viel Platz für Emily. Und ich mag diese Wohnung gern. Und hoffentlich können wir hier für eine lange Zeit bleiben. Ja. Okay. Das ist lustig. Schau mal hier. Wie hast du dich da angegriffen? Den Hagen? Hagen ist ein schöner Sport. Wir sind zufrieden. Ich habe heute wieder Haufen Fotos gemacht. Ich schon... Ja, seitdem es Phönix gibt. Ich weiß noch, der Konstantin, der war letztes Jahr da. Und der ist mal rückgesprungen und hat den Korb geküsst. Und das Foto habe ich gemacht. Und das war schon der Hammer, was man da so an Resonanz bekommt. Ja, gut. Dann will ich dich mal nicht weiter von der Arbeit abhauen. Ja, gut. Dann will ich dich mal nicht weiter von der Arbeit abhauen. Want some tea? Is this artistic? What is this? You can drink it, it's really hot. I know. Don't drink it yet. Good thing we got those flowers. Wie war dein College Leben? Mein College Leben war größer Tee. Wir hatten viel Spaß im College. Ich habe viele Freunde kennengelernt. Und meine Teammates waren sehr cool. Und ich habe noch Kontakt mit meinen Teammates vom College. Ich bin stolz auf diese Universität. Vater und Mutter des Wing Forwards sind stolze Großeltern der kleinen Emily. Und alle drücken natürlich die Daumen. Von einem sehr junger Jahre. Adam war ein wirklich guter Basketballer. Ich weiß, dass German schools nicht mehr haben. Aber auf der anderen Seite haben sie keine Schule. Aber auf der anderen Seite war er der Punkt. 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 Genau. Der Punkt. Und dann in der Schule, er war ein guter scorer, von überallher, und er war auf his College Team at William & Mary. William & Mary ist ein sehr guter Akademisch. Scholastisch ist ein sehr guter School, aber der Basketball Team ist nicht sehr gut. Und er hat immer noch 20 Punkte gemacht. Das hat es noch nicht getan hat von seinem School. Das ist wirklich ein legend. Er ist ein legend zu uns, aber wir sind unsere Eltern. Wir sind nicht die Idee. Er hat sehr gut gemacht. In der Czech Republik, er hat die National Championship twice gewonnen, und er war der Leading-Score in der zweiten Jahr. Er war der Top-Score in den meisten Punkten. Und dann kam er hier nach Artland. Dann kam er 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 nach Artland, Quackenbrook. Und jetzt ist er hier. Er hat nur eine Woche oder zwei. Oh, ja, ja. Ja, ja. Ja. Das war's. 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 Aber geht aus.